Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Doppelfolge am Sonntag. Und zwar, es gab ja das Update und ja, wir schauen mal nach. Vielleicht finden wir was Feines. Ja, gut, wir sollten aber irgendwann mal schlafen gehen. Wobei wir werden das jetzt gleich machen. Verdammt, wir müssen traditionell schlafen gehen. Ach ja, ihr lieben Käferlein, ihr kommt hier nicht mehr hinein. So, das gute Dosenfleisch. Was haben wir dann noch drin? So, passt. Im Moment passt das alles. So, dann würde ich das hier aufheben. Das würde ich aufheben. Haben wir da noch was Schönes zu kochen? Hm, dann nehmen wir das da mal raus und kochen das noch. So, super. Das hält. Äh, drei Tage, zwei Tage, sechs Tage. Heftig. Heftig, heftig. So, finde ich super. Ich lasse das so stehen. So, da haben wir nichts mehr. Ach so, ich muss die Dose, das Schwein muss ich abgeben. Das Schwein. So, da muss es rein. Nö. Das deckt nur bis fünf. Tatsächlich, es deckt nur bis fünf. So. Oh, wie schön. Oh, wie schön. So, meine Lieben. Also, wir haben heute vor, bis es irgendwann mal endlich wieder regnet, würde ich sagen, machen wir, ja, machen wir unten eine Baumfällertour. Holzfällertour, eine Holzfällertour. Die könnten eigentlich beide, ja, genau. Damit wir sie eben nicht verlieren. So, ähm, eins, zwei, während wir rumlaufen. So, die Frage ist, oh ja, so viele Tiere, wir könnten das alles noch verarbeiten, aber im Moment. Im Moment nicht. So, hier, ja. Na, ich bin neugierig, wegen des Updates. Schauen wir mal. Ach ja, gut. Können wir uns mal ums Futter. Oh, es gibt wieder lebende Tiere. Verdammt, ich wollte einen Holzfäller. Ach. Gut. Ich setze euch gleich wieder ab. Oh, ihr habt kein Futter mehr. Ja, ihr armen Raten. So, Ratenfutter. Ähm. Ich denke mir, das muss reichen. So, lebende Ratte, lebende Ratte, lebende Ratte. Äh, ja. Moment. Ratte, Ratte. Und die gebe ich in den Käfig. Dann haben wir wieder zwei. Genau. Dann können sie immerhin Spaß miteinander haben. So. Nein, ich will da rein. So. Ratte und sechs Stück Futter. Ach, wir brauchen nachher wieder Rattenfutter. Wir brauchen nachher wieder Rattenfutter. So. Dann schauen wir da mal. Schweinefutter. Ich weiß gar nicht, wie viele Schweine. Oder wie. Ist das eins oder zwei? Nö. Von der Masse her. Okay. 20 Schweinefutter. Viel Spaß, ihr Lieben. Damit ihr was zum Essen habt. Also. Wie sieht es hier aus? Oh Gott. So. Küken. Ein Hühnerfutter. Okay. Ihr kriegt mehr. Ihr kriegt mehr. So. Hühnerfutter. Hühnerfutter. Ja, ich denke mal, das muss reichen. Und das Huhn kommt hier in den Kasten. Damit man auch wissen, wie ein Huhn aussieht. Zum Futter gehörig. Hey. So. Und genauso bei den Ratten. Super. Fehlt mir nur noch ein Schwein. So. Also. Äh. Hier. Nö. Ja. Jetzt ist gut. So. Also. Auf mit der Axt. Jetzt geht es nämlich los. Habe ich mir so gedacht. So. Hier ist alles. Wir gehen in die Übersicht. Über. Übersicht. So. Der muss auf jeden Fall weg. So. Das kann man alles weg machen. Sehr schön. Der kommt auch weg. So habe ich mir das nämlich gedacht. So. Hier. So. Ich bin gespannt, wann das auftaucht. was wir da übers Update jetzt bekommen haben. Ach ja. Na. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So. Habe ich mir nämlich gedacht. Wegen des Updates. Können wir ruhig mal eine Doppelfolge machen. Wir machen sowas. Ich glaube Doppelfolge. Hasbe Green Project. Glaube ich. Nö. Hat es noch nie gegeben. Nö. Täglich eine Folge. Aber. Wow. Ach ja. Gut. Ja. Wir nehmen einiges mit. aber Kamille zum Beispiel. Ich lasse das jetzt liegen. Ich lasse das mal so. Super. Ich hoffe ich habe. Ach ja. So. Apropos. Da muss ich noch mehr Blubber einsetzen. Hier ist zwar die Ulme. Aber. The Blubber. The Blubber. The Blubber muss weg. The Blubber. So. Sehr gut. Ich habe übrigens. Heißt es ja. Die Lemming Plage. Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen. Ich habe nur eine Heidexe. Sehr gut. Dankeschön. Ich habe bisher noch keine Lemminge gesehen. Ich habe jetzt ganz kurz geklappt. Das Küken ist weg. So. Wir reduzieren wieder mal den Grünwert. Das ist gut so. Die Leute glauben das nicht. Ich habe jetzt noch ein wenig Aloe Vera. Auch das ist gut. Na. Haben wir schon. Okay. So. Und den Stamm auch noch. So ein wenig näher. Das ist gemütlicher. Das sehen wir uns gegenseitig viel besser. Und er. Super. Den lassen wir noch stehen. Vielleicht entfernt der. Wir wissen es nicht. So. Dann nach oben. Oh ja. Die rütteln schon so super. Das kann nur besser werden. Ein Käferchen. Noch ein Käferchen. Eine Heidexe. Ich glaube, soeben ist es fertig geworden. So. Ich möchte Grünwert unter 200 kriegen. sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wasser könnte man dann auch wieder mal zu uns nehmen. Das wäre auch ganz gut. Den Käfer will ich nicht fällen. Da ist mir eigentlich egal. So. Haben wir eigentlich Thymion-Tee dabei? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nach der Sonntagsschneiderei haben wir jetzt endlich ein ordentliches Käppchen auf. Weil das mit dem Eichhörnchen, das war sehr strange. Sehr strange. Die, 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 die. So. 202 gleich ist es soweit. Und wir kommen unter 200. Da steht oben eh keiner mehr. Diesen Blumenbusch will ich stehen lassen. Das ist schon okay so. So. Wir sind auf genau 200. Denke ich mir, wenn wir da noch... Na gut. Den kaputten Baum können wir sowieso abholzen. Der stört eh sieben. So. Und den da auch noch. So. Super. Ja. Und wieder mal die ganze Kamille, wo ich mir denke... Ja. Ja. Wenn wir mal müde werden wollen, wissen wir, wo die Kamille wohnt. Ja. Durchlaufen. Oh. Oh ja. Nein. Bleib stehen. Nein. Hier. Ich will dich jetzt töten. So. Ich danke. Ah. Es hat sich töten lassen. Oh wunderbar. Blaue Pilzchen. Blaue Pilzchen. Und so viele. Überall diese Blöcke wegen den rosa Pilzen. Ah ja. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir werfen da überall alles ein. Gut. Reserve Tiere haben wir noch. Gut. Was haben wir da drin? Äh. Thymian-Tee. Nein. Thymian-Tee. Dann würde ich sagen, wir nehmen noch einen. Genau. So. Die Axt geht noch ein wenig. Wir lassen offen. Oh ja, schön. So, das nehmen wir aus. Dann können wir das dazulegen. Die kommt wieder rein. Wow, haben wir viele Sachen? Haben wir viele Sachen? So, wie wäre es mit sowas? Könnten wir uns so einen Salat machen? Auch schön. Okay. So, wir haben hier So, dann haben wir davon. Wir haben davon. Hm. Hm. Ja, da haben wir noch 5 Lampen. Ja, die war super. Das war die beste. So, jetzt wollen wir auch. Wobei, wenn wir schon da stehen, wir könnten die Ästchen zu den Ästchen. Da ist ja alles voll. Da ist ja alles voll. Pass auf. Dann legen wir da mal drauf. Ja, da legen wir drauf. So. Und dann haben wir noch die. Dö, 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 dö. So. 21 Stunden. Super. Es kann nur besser werden. Es kann nur mehr und besser werden. Wahnsinn, oder? Das ist super. So, den Biomüll, den verhetzen wir gleich. Ja, verhetzen. Den werfen wir gleich rein. Wir wollen ja gerne kompostieren. Kompostier, kompostier. So, hier. Ein Kompostier. Oh, der war schlecht. Der war schlecht. Der war schlecht. So, auffüllen. Nö, was tue ich da? Oh mein Gott, was tue ich? So, dann den Rest mal rein. Hier. Ja. So. Ähm. Das kann ruhig da rein. So, Dünger. Dünger werfen wir zurück mal. So. Schön ausräumen nochmal. Und dann machen wir gleich weiter. So, wir haben 50 davon. Und auch ganz schön. Das kommt hinten rein. Hinten rein. Hinten rein. Ja, es kommt hinten rein. So, genau. Das Holz. Auch gut. Vergiftung werden wir uns später ansehen. Das kommt auch da. Und das kommt auch da. Hier in der Kiste, da haben wir noch ein wenig Salz. Vorbereitet für Haltbar machen. So, zwei Tage, zwei Tage. Wobei, das könnte man... Ach, wir warten noch. Wir warten noch. So. Säcke. Ihr Säcke. Ihr kommt da rein. Ihr Säcke. Super. 99 davon. So, das kommt da rein. Hier haben wir auch... Wow. Ich glaube, davon brauchen wir jetzt auch bald keine mehr. So. Ähm. Wir schauen mal. Nützliches Möbel. Unter Möbel vielleicht. D-d-d. Was Neues, was Neues, was Neues. Nö. Na gut. Dann unter... Unter nützlich. Es ist nützlich. Ja, die war nützlich. Nö, da ist es auch nicht. Tierzucht. Unter Tierzucht. Da wird das ja... Das wird doch nicht unter Tierzucht. Oh doch. Unter Tierzucht. Katzenkorb. So. Wir brauchen 99, 10 und 5. Okay. Den wollen wir natürlich fertigen. So. So. Und Stoffe. Jawohl. So. Wir brauchen 99, 5 Stoffe und 10 davon für den Katzenkorb. Yeah. Super. So. So. Ganz schön viel Stroh braucht es für eine Katze. Ja. Es ist eine große Katze. So. Hier. Hier. Wow. Heftig viel Stroh. So. Die Frage ist... Moment, wir schauen das nochmal an. Nö. So. Ein großer Korb für einen möglichen katzenartigen Begleiter. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So. Katzenkorb. Ich würde sagen, das nehmen wir mal mit. Das kommt raus. Das zündet man an. Das kommt wieder rein. Leih, leih, leih. So. Ich würde ihn zu den Möbeln geben mal. Nein. Den würde ich da lassen. So. Den würde ich anzünden. Ich würde ihn zu den Möbeln legen. Oder wollen wir den schon aufstellen. Ich lege ihn mal zu den Möbeln. So. Jetzt haben wir noch ein paar Dünger. Äh, Dünger. Die guten Samen. So. Hier. Dann hier. Wow. Haben viele. Zehn davon sogar schon. Naja. So. So. Dann schauen wir mal. Vielleicht sollten wir doch... Ja, wir machen noch zwei Salz. Nein. Nein. Verdammt. So. Jetzt passt's. Hier. Rüttel mal. Rüttel mal. So. Das ganze Resen. Oh ja. Das ganze Resen. So. Dann möchte ich noch gerne die Löcher auffüllen. Oh. Ist das laut. Weil ich ja nicht weiß, wann geht's los. Mit dem Regen. So. Hier. Und wieder zu. So. Ich hoffe, natürlich ist er natürlich. Wir alle hoffen, es regnet bald. So. Und hier. Und hier. Und dann oben. Mal sehen. Da ist gut. Da ist gut. Da ist immer noch gut. Super. So. Ähm. Drei Tage. Drei Tage. Ach so. Drei Tage. Drei Tage. Und Vergiftung. Hier. Da. Zwei Tage. Ja. Ich würde sagen, eines können wir auf jeden Fall mal essen. So. Schwein könnte man natürlich auch noch pökeln in der Wartezeit. Wäre. Wäre durchaus möglich. Oder eine Ratte. Eine haltbare Ratte. Das wäre es auch. Ja. Mutanten können wir sowieso wieder machen. Das ist okay. Ich hole mir meine Ratte. Wir werden Ratte im Topf machen. Ratteneintopf. Ratte im Topf. Die werden wir mitnehmen. Und wir machen einfach Ratte im Topf. Ratte im Topf. Wir haben einen Katzenkorb. Wir haben einen Katzenkorb. Also, wir brauchen eine Ratte. Tote Ratte. Ja, vielen Dank. So, die nächste Tote Ratte. Tote Ratten. Das Messer kommt wieder herein. Und wir häuten die Ratte. Elendige Ratte muss gehäutet werden. Dann kommt die nächste. Die wird natürlich auch gehäutet. Ratte am Spieß. Ich glaube, die können wir nicht haltbar machen. Was war das? Bitte, was war das? So, kochen. Ratte. Nö, wir gehen mal da rüber. Das gefällt mir jetzt besser. Also, wir haben bewahrt. Hühner. Geseizene Dose im Ratte. Also, wir brauchen geweuterte. Wir brauchen Salz. Und wir brauchen Pötter. So, wir brauchen allerseits Beutel. Ich glaube schon. Und Pötter. Nö, alles mal raus. Alle mal raus. Ja, komm, raus. Danke. So, wir brauchen das. Wir brauchen das. Was brauchen wir noch? Wasser. So, das kann man kochen. Und das nächste kommt bestimmt. So, davon wollen wir aber nur eines. Und davon wollen wir auch... Hallo? Davon wollen wir auch nur eines. So, Salz kommt wieder zurück. Die Pötte kommen wieder hierher. Und Ratte im Topf ist der Hammer. So, Ratte im Topf mit Salz. Wunderbar. Und schon ist alles halterbar. So. Oder steckt das höher? Nö, steckt nicht. Gut. Da steht eh drüber. Sorry. So, ich freue mich schon. Wir haben einen Katzenkorb. Vielleicht sollten wir ihn aufstellen. Und das lockt unseren potenziellen Begleiter an. Vielleicht. Und das kommt dann auch noch, dass wir die wahrscheinlich dann mit Ratte füttern müssen. So. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Und dann sehen wir schon. So, 328. Super. So, wir füllen gleich auf. Dankeschön. Achso, es ist wenig. So, dann werfen wir hier rein. Was werfen wir denn rein? Wir wollen. Eins, zwei, drei. So. Und was wollen wir einpflanzen? Kaffee haben wir ja jetzt gepflanzt. Ich würde sagen, wir machen Steckrüben. Und wir machen Bohnen. Steckrüben und Bohnen. Steckrüben und Bohnen. Steckrüben und Bohnen. Die sollen bei uns auf den Federn wohnen. So. Super. Jetzt die Bohnen. Eins, zwei, drei. Drei. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Ich habe aber auch kein Eichhörnchen jetzt heute schon gesehen, oder? Habe ich eins übersehen? Wahrscheinlich beim Schneiden oder beim Rändern würde ich es dann sehen. So. Rüben. Und unten in die Reihe kommen dann die Steckrüben rein. Ja, ja, ja. Alles Verschwendung. Ist gar nichts verschwendet, mein Freund. So, dann hier. Wir können maximal schauen, ob wir nicht gleich Hühnerfutter auch oder Schweinefutter oder irgendwas anderes Witziges machen können. Ähm, Steckrüben. Steckrüben. Eins, zwei, drei. So. Super. Haben wir jetzt eigentlich, haben wir, haben wir alles, alle Wasserlöcher sozusagen gefüllt? Nö, hier. Und ja, das ist schon und das ist auch schon super. Schnell wieder zu, bevor Viecher reinkommen. Diese Viecher. So, da sind meine Samen. Yeah. Ähm, dann würde ich sagen, Tomate werfen wir da mal rein. Nein, keine Tomate. Was können wir noch? Da, Bohnen. Die Bohnen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Super. Nein. So. Tonerde fallen lassen, fallen lassen. Super. So, da haben wir das. Jetzt wird es laut, dann gehen wir gleich weg. Hier und hier. Oh ja, und alles rötet und vibriert. Wahnsinn. Ja. Da stehen wir drauf. So, das kommt. Nein. Das ist doch so falsch, Peter. So, er hier und er hier. Super. Super, super, super. So, dann werden wir die zweite Rate hier. Die ist noch immer nicht fertig. Oh mein Gott. So, dann schauen wir mal da hinten hin. Schauen wir mal da hinten hin. So, wir brauchen Beutel. Beutel, Beutel, Beutel. So, Tierzucht. Ja. Und zwar Hühnerfutter. Da brauchen wir Grünzeug. Grünzeug, Rattenfutter, da brauchen wir Mais. Mais kommt erst. Schweinefutter, Grünzeug. Wir brauchen Grünzeug. Definitiv Grünzeug. Kommt Regen, kommt Regen. Sieht ein bisschen so aus. So, jetzt habe ich beide mit. Egal. So, wir brauchen für Schweinefutter da, Grünzeug und Beutel. Beutel, Beutel, Beutel. So, wir schauen da mal rein und machen drei davon. Ja. Es wird eine Menge fertig und ich habe keine Ahnung was. Oh, müde, müde. Müde, müde. Müde, müde. Müde, müde, müde. Müde, müde. Müde, müde. So, na gut, dann gehen wir schlafen. Außerdem hat er Hunger und was er für Hunger hat. Heftig. So, das nehmen wir raus. Dafür kann das gleich weiter kochen. So, was kommt da wieder rein? Was kommt rein? Das kommt rein. Sonst fällt mir nichts ein. Mö, alles gut. Drei Tage, drei Tage, drei, zwei. Was können wir essen? Essen. Essen. Oh, keine Ahnung. Könnte man essen, aber das werden wir nicht tun. So, und da könnte man eigentlich nochmal so einen Löwenzahn-Salat machen. Naja. So, hier kommt die gepügelte Ratte. Geseitern hat uns im Wahnsinn. Wie viel die ausgibt. 160, 180, 200 für das Schwein. Dieser Schwein. Das gibt gut aus. So, meine Lieben. Das war's aber für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder diesmal am Nottag. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.